Ernsthaft, Alter. Du brauchst keine Schrotflinte. Willst du mich verarschen? Wir versuchen schon seit einer ganzen Woche, diese Chips-Tüte aufzubekommen. Diese Tüte kommt direkt aus der Hölle! Siehst du? Siehst du? Ah, ich will doch nur ein paar Chips. Was zum... Zombies! Oh, Kacke! Touché-Tüte! Verschwinden wir! Oh nein, nein, nein! Ich hab' ja solche Wiesnäuer! Schnell, Alter, die wollen deine Chips essen! Hoho, am Arsch! Du bist tot! Wer ist tot? Du bist tot! Puma! Ekelhaft! So entlang! Nimm die Kettensäge! Gute Idee! Nein, für die Zombies, du Blödmann! Zombies? Welche Zombies? Fick! Tich! Verdammt! Kopfschuss! Hey Bros, Bros, das ist so abgefahren, oder? Äh, ich glaube, der Typ war kein Zombie. Ich weiß. Der perfekte Mord! Oh mein Gott! Das muss der Ursprung dieser Epidemie sein! Diese Zimtschnecken sind unwiderstehlich! Ich... Ich hab' davon nicht abgebissen! The End! Ja... Der hat die Sackgasse! Der war gut! Der war gut! Na, ich wünschte ich hätte Finger! Fuck yeah! Oh, geil! Oh, scheit!